Wir würden so eine gute, toxische Beziehung abgeben, Rose erzählen. Ja, also, Spur. Dann war es wohl mal wieder mein Schalz. Dass ich die Clique Spur benutzer war, dann wohl. Hätte ich ja wissen müssen, dass wir die nicht benutzen, die fallen gleich. Scheiße, jetzt mein Auto, wo, wo? Das ist ein Bild da unten. Ja, kein Problem. Ich habe euch mal eine kleine Strömereinlage gefallen. Ich habe die mit 80. Digga, oh mein Gott. Bok. Stefan, mach mal bitte vor sich andere groß. Schnell, schnell. Junge, was? Bok. What the f***? Digga, der Blitze wird da verbraucht. No shit, Alter. Bok.